Hallo, schönen guten Abend. Wir sind fast in Holland. Wir sind in Hinsbeck, Nettetal, Hinsbeck und das muss heute raus. Wir gehen jetzt ins Zelt, gucken uns das mal an. Was ist hier los? Ach, hier ist Schützenfest. Jubiläumsschützenfest sogar. Wir gehen jetzt gleich auf die Bühne, hier in Nettetal, Hinsbeck, kurz vor Holland. Wir können heute richtig gut unseren holländischen Superhead spielen. Pass auf, seht ihr gleich. Ja, Stimmung ist ja richtig gut. Ich würde sagen, wir müssen dann noch rüber. Wir wollen nicht Bescheid sagen. Lass uns doch gerade noch ein Bier trinken. Also man hört schon so, die wissen doch gar nicht, wo wir sind. Wie dein Bruder, weiß ich, da wo wir kommen. Die Frage ist, die kommt direkt wieder rein. Mädchen über 18. Wir sind aus der märischer Stadt Hasewinkel, Landmaschine. Wir sind aus der märischer Stadt. La 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 Und dass die Frauen durchgemacht, die Hals in unserer herrlichen Wurst kamen. Und alle zusammen, es war so schön, dass ich im Pulderbau, jetzt brauchen wir die Hände. Das ganze Scheißhaus steht im Klagen, weil der Arsch ist in Gefahr. Jetzt sind wir schon drauf, liebe AJA-TV-Freunde, wir sind jetzt hier im Nettetal fertig und freuen uns, dass wir so erregt sind. Und wir wünschen uns noch allen einen gesegneten Feierabend und sehen uns nächste Woche, nein, übernächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und Tschüss! Ach so, ja. Ja, ja, so sieht das aus hier mit den Landeiern. Die meisten stehen daneben, so wie ich, und du hast es doch schon nichts ausgemacht.